Heute zu Gast bei mir und ich freue mich, dass er da ist, Richie Redl. Von der Reihenfolge her ist das Wichtigste die Spielfreude und die Performance des Musikers. Dann muss bei mir die Bassdrum innerhalb von 40 Sekunden funktionieren. Bei Live spielen wir es auch mal und dann ist es vorbei. Wir kämpfen zu 90 Prozent gegen einen Raum. Du hast wieder draufgeklickt bei Brossartig. Hervorragend. Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns zusiehst. Wir befinden uns hier wieder in den heiligen Hallen in Hollerbrunn von YMI Records. Und unser Talk richtet sich ja an Musikerinnen und Musiker und die, die es noch werden wollen. Aber nicht nur, sondern auch, wir gehen ein bisschen der Frage nach, was kann man eigentlich so im Musikbusiness alles machen. Also es gibt ja da mehrere Jobs. Man kann ja nicht nur jetzt irgendwas spielen oder singen oder tanzen, sondern es gibt ganz ein breites Feld. Wir hatten ja auch schon zu Gast zum Beispiel den Reinhard Gabriel, der uns erzählt hat über Booking, über Marketing etc. und alles Mögliche. Heute haben wir da wieder was aus der Ecke, wo es nicht direkt um das Musikproduzieren in dem Sinn geht. Heute zu Gast bei mir und ich freue mich, dass er da ist, Richie Redl. Hallo, Richie. Servus, David. Danke für die Anladung. Ja. Richie, was machst du, außer mir ähnlich schauen? Gute Frage. Was ich mache, ich in erster Linie jetzt im Moment und in den letzten Jahren ganz viel Live-Tontechnik. Okay. Fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Womit hast du wirklich angefangen? Was war deine Ausbildung? Also ursprünglich bin ich gelernter Musical-Darsteller. Das heißt, ich komme eigentlich auch von der Bühne. Okay. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung, um dann auch andere Jobs rund um die Bühne machen zu können und gut machen zu können hoffentlich. Ich habe mit 16 Musical studiert in Wien und war dann auch lang wirklich aktiv auf der Bühne unterwegs als Musical-Darsteller. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Und habe aber trotzdem nebenbei immer schon ein bisschen als DJ mich versucht und habe, glaube ich, mit zwölf damals mein erstes kleines DJ-Mischpult und meine ersten zwei CD-Player zu Weihnachten bekommen. Und habe schon daheim ein bisschen herausgefunden, wie man das zusammenhängen kann und wie das funktioniert und wie man zwei CDs zusammen mischt. Und das ist mir irgendwie geblieben, weil ich habe dann viel eben als DJ gearbeitet und wie ich dann im Theater in der Wien war als Darsteller, habe ich an meinen freien Tagen, bin ich trotzdem ins Theater gegangen und bin mit den Todeleuten mitgelaufen. Beziehungsweise bin hinter dem Mischpult gesessen und habe mir das alles angeschaut, wie die das machen, was es braucht. Und dieses Interesse ist dann geblieben und hat sich dann, nachdem ich bei den Vereinigten Bühnen dann keinen Job mehr bekommen habe und ich nicht nach Deutschland gehen wollte, obwohl ich dort ein sehr gutes Angebot hatte, habe ich mir gedacht, naja, machen wir das zweite Standbein zum ersten Standbein. Und seitdem bin ich eigentlich seit jetzt über 20 Jahren als Live-Tontechniker unterwegs. Okay. Du betonst immer Live-Tontechniker. Was ist der Unterschied zwischen einem Live-Tontechniker und einem Studio-Tontechniker? Ich finde, das ist eine komplett andere Baustelle. Also das kannst du miteinander nicht vergleichen, weil als Studio-Tontechniker, also der große Unterschied ist der Zeitfaktor. Das ist immer für mich der größte Unterschied. Inwiefern? Weil ein Studio-Tontechniker wesentlich mehr Zeit hat, zu einem Ergebnis zu kommen. Und beim Live-Tontechniker, der muss schauen, dass er so schnell wie möglich zum Ergebnis kommt. Klar, weil beim Studio ist es einfach so, dass eine CD oder eine Produktion kann man sich immer wieder anhören. Bei Live spielen wir das Arme und dann ist es vorbei. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Du hast als Studio-Tontechniker wesentlich mehr Zeit. Als Live-Tontechniker kämpfst du immer mit anderen Bedingungen, immer mit anderen Faktoren wie die Halle, wie Mischpulte. Die sind immer anders und nicht in deinem eigenen Umfeld, wo du dich wohlfühlst, wo du dich auskennst im Studio. Könnte man dann sagen, weil das höre ich da jetzt so raus, dass Live-Technik wesentlich schwieriger ist als Studio? Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es ist beides nicht einfach. Und es braucht beides andere Herangehensweisen. Aber ich würde nie sagen, dass ein Studio-Tontechniker weniger kann als ein Live-Tontechniker. Es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Aber ich würde mich nie in ein Studio trauen. Und ich kenne viele Studio-Tontechniker, die sich nie Live-Trauen würden, weil es einfach wirklich komplett was anderes ist. Es gibt nur ganz wenige, die beides wirklich gut können. Es gibt welche. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob man nicht, wenn man jetzt so eine Ausbildung macht, ich schätze mal, ob es da SAE oder so irgendwas in die Richtung gemacht hat. Nein, ich habe tatsächlich eigentlich die reine Tontechnik Learning by Doing und habe mir dann aber mit, ich glaube 24 war ich, habe ich mich entschieden, die Lehre zum Veranstaltungstechniker am zweiten Bildungsweg zu machen. Und die beinhaltet natürlich Tontechnik, aber jetzt nicht mit einer Ausbildung so wie am SAE, weil SAE zum Beispiel ist in erster Linie für Studio-Leute und nicht für Live. Für Live tatsächlich gibt es kaum bis gar keine Ausbildungen. Okay. Bringt da nichts, weil nur weil du jetzt hinkommst irgendwo zu einem Verleiher oder zu einem Musiker, der einen Tontechniker, einen Live-Tontechniker sucht und du legst ihm jetzt dein Diplom vor, ich bin, ich studiere da Live-Tontechniker, woher soll der wissen, ob du wirklich gut bist? Ja, ganz schwierig. Okay, also das heißt, wenn du die Ausbildung gemacht hast, im Endeffekt bist du nicht, du kannst nicht automatisch in beiden Sachen irgendwie spazieren fahren auf High-Level. Nein, es gibt welche, die können das, aber da kenne ich wirklich wenige. Also die Grundprinzipien werden ja schon die gleichen sein, denke ich mal. Also jetzt im Sinne von, dass du Frequenzen hörst, das bei, was weiß ich, bei drei Kilo liegt es, bei so den ganzen... Ja, klar, natürlich. Also die Grundprinzipien sind natürlich bei beiden vollkommen gleich. Aber die, also ich zum Beispiel, ich könnte nicht im Studio arbeiten, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Soundtrack mache mit einer Band und ich fange, so wie es viele machen, klassisch mit der Bassdrum an, dann muss bei mir die Bassdrum innerhalb von 40 Sekunden funktionieren. Im Studio gibt es Leute, die schrauben drei Tage an einer Bassdrum herum, bis ihnen der Sound gefällt. Weil du da viel präziser sein kannst oder musst, weil ich meine, die Kammer, das hört man jeden Tag, wenn man will. Live, wir spielen einmal und dann ist es vorbei, das ist eine Momentaufnahme. Und das ist auch, es wird auch ganz anders queued live als im Studio. Weil live geht es tatsächlich mehr um den Druck, gerade wenn man den Bassdrum zum Beispiel hernimmt. Da geht es mehr um den Impact, um den Druck, dass die Bässe einfach, dass man das spürt, weil die Hörgewohnheit heutzutage so ist. Und da kommt es im Studio, ist das ganz anders. Wie wichtig, weil das auch für Leute, die sich mit sowas noch nie beschäftigt haben, oft gar nicht so, die haben das gar nicht so am Schirm, weil da denkt man sich, ja, da steht jetzt eine gute Anlage, klingt gut. Aber dass in Wirklichkeit ja eigentlich der Raum einmal grundsätzlich die Ausgangsbasis ist, der entscheidet, ob was klingen kann oder nicht, auch haben die meisten nicht am Schirm. Das ist richtig. Wie wichtig ist es tatsächlich? Der Raum ist ein ganz großer Faktor, weil Outdoor-Open-Mehr-Veranstaltung ist immer recht leicht. Du hast keine Reflektionen vom Raum, du hast keine Beeinflussungen vom Raum. Man muss sich vorstellen, wenn du Schallwellen in den Raum hineinwirfst, irgendwo reflektiert das, irgendwo kommt das zurück. Wir sind in Wien, da gibt es ganz, ganz viele schöne Locations, die sind schön, viel Marmor, viel Glas, viel Holz. Und was bedeutet natürlich glatte Flächen und was bedeutet natürlich Reflektionen. Suizid für den Tontechniker. Das hat sich in den letzten, ich sage jetzt einmal, 10, 15 Jahren Gott sei Dank auf der tontechnischen Seite sehr viel geändert. Also wir können mittlerweile mit den Tonanlagen, die wir haben, den Schall sehr gut richten. Also das heißt, wir können das wirklich genau dorthin werfen, wo wir das hinhaben wollen. Wie macht man das? Das funktioniert mit Line Erase zum Beispiel. Also wie man jetzt den großen Konzerten immer kennt, die Bananen, die bei der Bühne hängen. Die sind dafür gedacht, dass man, also früher, wenn du früher auf ein Konzert warst, hast du einfach riesen Boxentümer gesehen. Das gibt es ja nicht mehr. Es gibt mittlerweile nur mehr diese Banane, nennen sich Line Erase. Und die können technisch den Schall richten. Das heißt, mit Bündelung, physikalisch gesehen, kann man Frequenzen bündeln und kann die genau dorthin schicken, wo man es hinhaben will. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil man diese ganzen Reflektionen, weil eine Punktschallquelle, da gehen alle Frequenzen quasi kugelförmig von dem Lautsprecher weg. Oder zumindest die tieferen Frequenzen, die hohen, kann man eh schon immer ein bisschen richten. Und somit hat man halt überall Reflektionsflächen. Und wenn man es aber wirklich dorthin bündelt, hat man vielleicht nur den Boden. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn keine Leute in dem Saal sind, der Sound ganz anders ist. Und der Soundcheck auch ganz anders ist, als wenn die Leute herin sind. Das ist ja immer der Standard, dass du Soundcheck hast. Und dann hast, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde Zeit für einen Soundcheck tatsächlich. Und dann hat man es wirklich geschafft, dass es eigentlich cool klingt. Soweit. Und dann kommt der Gig, und es wird eingezählt, und es ist alles anders. Das lernt man im Laufe der Jahre. Soweit lernt man das, dass man dem Soundcheck tatsächlich nicht so viel soundtechnische Beachtung nach außen hin schenkt, weil man eh weiß, dass es nachher ganz anders sein wird. Das, was bei mir beim Soundcheck wichtig ist, ist, dass sich die Musiker gut hören, dass sich die Musiker wohlfühlen auf der Bühne, weil das erleichtert mir meine Arbeit natürlich. Wenn die sich wohlfühlen und die gut spielen, kriege ich bessere Signale, kann damit besser arbeiten. Das ist ja auch noch eine interessante Frage nämlich gewesen. Wie wichtig ist tatsächlich für dich die Performance der Musiker? Das Wichtigste? Schon? Natürlich, weil, also, von der Reihenfolge her ist das Wichtigste die Spielfreude und die Performance des Musikers. Wenn der sich wohlfühlt, kriege ich den Input, den ich brauche, mit dem ich dann arbeiten kann. Das Zweitwichtigste ist natürlich die Qualität des Instruments. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede, weil billige Instrumente meistens einfach nicht gut klingen. Es ist einfach so. Und das Drittwichtigste... Würde ich widersprechen wollen, aber gut, lassen wir es einmal so stehen. Es gibt überall Ausnahmen. Also, man kann das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Also, aber, ja. Sagen wir so, ein guter Musiker kriegt wahrscheinlich aus einem billigen Instrument auch was Besseres raus aus einem schlechten Musiker. Also, billig und billig trennen. Natürlich. Billig und preisadäquat oder... Preis-Leistungsverhältnis, das ist ja ein anderes, das ist eine andere Dimension als billig. Also, 120 Euro Sechsseiter-Pass wird nicht funktionieren in der Regel. Exakt. Genau. Oder ein 300 Euro Schlagzeug wird meistens nicht gut klingen. Wird auch komisch werden. Und das Nächste dann tatsächlich ist dann schon das Mikrofon. Die richtige Auswahl des Mikrofons und das Nächste in der Kette ist die Positionierung des Mikrofons. Das sind die wichtigsten Faktoren. Wenn diese Faktoren alle gut funktionieren, habe ich wenig Arbeit. Okay. Mikrofone. Ja. Jetzt würde man davon ausgehen, wenn man das jetzt nicht anders weiß, weil es einfach... Mikrofon ist Mikrofon. Da ist ein Mikrofon und da rede ich rein und das nimmt den Schall auf und das geht dann irgendwo hin und dann wird es halt laut. Genau. Ich mache es jetzt ganz sechert. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Mikrofon, was man sieht, dem da hinten oder sich... Ja, dem da. Warum gibt es so viele verschiedene... Es gibt ja unzählig verschiedene Mikrofone in allen Preisklassen bis hin zu tausende Euro, wo du denkst, aber es ist ja nur ein Mikrofon. Da kenne ich mich nicht aus, weil das ist dann die Studiotechnik. Ja, okay. In der Live-Technik... Ja, natürlich, es gibt Unterschiede. Es gibt... In erster Linie sind die Unterschiede natürlich in der Qualität, welche Frequenzen das Mikrofon wie gut aufnimmt und überträgt. Wie störungsfrei es überträgt. Das heißt, hat das Mikrofon ein Grundrauschen schon von vornherein drauf. Das sind meistens die günstigeren Mikrofone. Oder eben das Frequenzspektrum. Ja, also zum Beispiel so, weil du gerade auf das Austrian Audio... Ich mache jetzt schön Werbung. OC 818, das ist quasi das neue Flaggschiff oder neu, jetzt mittlerweile eh schon ein paar Jahre alt, von Austrian Audio, eine österreichische Firma, die von Ex-AKG-Leuten gegründet wurde. Das ist schon... Weil wir das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis hatten, ist das für mich im Moment eines der besten Großmembran-Mikrofonen, das in erster Linie im Studio zum Einsatz kommt. Aber ich verwende es auch live. Das zum Beispiel nimmt den kompletten Frequenzspektrum verzerrungsfrei extrem brillant auf. Und sowas brauche ich, aber nicht überall. Weil zum Beispiel beim Schlagzeug in einer Bassdrum brauche ich das nicht. Ich kann es damit machen, brauche ich aber nicht. Weil die Bassdrum hat quasi nur die tiefen Frequenzen, die ich brauche, ein paar hohe Frequenzen für den Attack natürlich. Aber in erster Linie brauche ich tiefe Frequenzen. Und dafür gibt es wieder eigene Mikrofone, die speziell für dieses Instrument oder für diese Instrumentgruppe gebaut sind. Aber wenn ich es ja mit einem anderen machen kann, also warum brauche ich dann nicht nur lauter Allround-Mikrofone, die eh alles kennen? Weil ich mehr Arbeit dann damit habe. Weil? Weil ich zum Beispiel, wenn ich dieses Mikrofon jetzt in die Bassdrum reinstopfe, muss ich da extrem viel EQen. Also ich muss den EQ drehen, ich muss quasi Frequenzen wegtun, Frequenzen dazutun, damit die Klangcharakteristik einer Bassdrum funktioniert. Und wenn ich aber ein Mikrofon nehme, das für eine Bassdrum gebaut ist, dann hat die diese Klangcharakteristik schon. Genau. Und dann brauche ich das einfach nicht tun. Und weil wir vorher darüber gesprochen haben, Lifestone-Technik hat viel mit Zeit zu tun. Natürlich im Studio kann ich das überall hintun. Und da habe ich die Zeit, dass ich das EQ und dass ich das schön trimme, so wie ich es brauche. Weil ich meine, natürlich würde gern jeder Tontechniker in einem Studio, weiß ich nicht, wie viele, 40 Stück von denen haben und einfach alles damit mikrofonieren. Aber zum Beispiel bei, es funktioniert auch nicht für alles. Also für Stimmen zum Beispiel. Stimmen sind sehr, sehr charakteristisch. Und für viele Stimmen funktioniert es, für viele funktioniert es nicht. Das ist eines der Dinge, die ich mit Sängern immer wieder das Problem habe, dass ich wirklich lang suchen muss, bis ich für den Sänger das richtige Mikrofon gefunden habe. Weil dann immer, damit ich weniger tun muss. Weil alles, was ich bearbeite, ist bearbeitet und wird man irgendwann hören. Wenn ich Frequenzen rausziehe, bedeutet das, dass andere Frequenzen wahrscheinlich überbeansprucht werden und irgendwann ist dann einmal das Limit erreicht. Deswegen sage ich, wenn das Instrument gut ist oder die Stimme gut ist und das passende Mikrofon dazu gewählt ist, habe ich am wenigsten Arbeit und dann wird das Klang, das Ergebnis, das runterkommt, auch am besten werden, weil ich am wenigsten eingreifen muss. Das heißt, weil du das angeschnitten hast bei Gesang, ist es zum Beispiel tatsächlich ja dann so, dass es nicht das teuerste, beste Mikrofon tatsächlich, das beste. Nein, auf keiner Fall. Ich merke das auch wirklich nämlich arg bei mir selber, wenn ich, ich habe einmal gehabt, einen Neumann, dieses schwarze Gesangsmikro live jetzt da, wo es eh, KS105, ja, wo es das Silberne auch gibt, genau das, da kam ich so nach 5, wo jeder gesagt hat, boah, so live und post haben irgendwie, so. Wenn ich aber über das 58er sing, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie mein Mikro, ja, obwohl das billigstorfer ist, wobei man auch dazu sagen muss, es hat beides, es hat beides, also gerade wenn du zum Beispiel diese beiden Mikrofone vergleichst, ein KMS105 und ein SM58, da reden wir von 500 Euro 80 Euro, ja, die sind beide für ganz andere Zwecke entwickelt, ja, ein Neumann, das Neumann ist erstens ein Kondensatormikro, das heißt, es funktioniert ganz technisch ganz anders, ja, als ein dynamisches Mikrofon, ja, wenn ich zum Beispiel ein Kondensatormikrofon für einen Rocksänger auf einer richtig lauten Bühne, werde ich damit verlieren, ja, dafür nehme ich lieber SM58, ja, bei einer kleinen Jazzband, wo alles schön brillant sein muss, ja, nehme ich lieber das, weil, also, da funktioniert das Kondensatormikro einfach besser, es ist viel brillanter, es nimmt, es sind seitigere Höhen, es mumpft nicht so, ja, das ist das alles, was ich bei einer Jazzband und bei einer Sängerin oder bei einem Sänger gerne habe, ja, da würde ich nie SM58 nehmen, ja, sondern eher lieber das Kondensatormikrofon, ja, deswegen sage ich, die Auswahl, die Auswahl der Mikrofone ist, ist ganz, ganz wichtig und kommt für mich eben an dritter Stelle und da ist es viel Erfahrung und viel ausprobieren, ja, ausprobieren, learning by doing, was ich ja auch sehr lustig finde, also, du bist ja mittlerweile, sage ich mal, bei 70 bis 80 Prozent aller Geeks, die ich spiele, wenn es wo ein FVH-Techniker gibt, bist es meistens du und du hast tatsächlich mich ja mit einer neuen Info versorgt, das ist jetzt schon sicher zehn Jahre her oder so, die ich damals nicht hatte und nicht wusste, weil ich komme nur aus einer Generation, wo du auch sehr oft einfach mit kleinen Anlagen gespielt hast, die du irgendwie so halb halt hinter dir stellst oder so und wo du beim Singen selber dir deine Lautstärke über Mikrotechnik, hat man früher gesagt, einfach, regelst, weil du ja auch, wenn du weiter weg gehst, verlierst du ja nicht nur Power, sondern auch Besse natürlich, logischerweise und mit dem spielt man. Der sogenannte Nahbesprechungserfekt. Genau, der Nahbesprechungserfekt und mit dem spielst du dann und das wird, wenn du das dein Leben lang machst, ist das ein Reflex. Ja klar. Du fängst zum Blären an, du gehst in die Kraft, in der Stimme und presst und gehst automatisch mit der Hand irgendwie. Genau. Und du hast mich dann geschimpft, weil du hast mir gesagt, dass du das brauchst, aber das weiß ich nicht, da warst du urgestresst, wenn du gestresst bist, bist du ja zum Choleriker. Total. Und so brauche ich das jetzt nicht machen, aber heute so, wurscht was du tust, weil du den Rest machst eh du. So. Das bedingt richtig. Ja. Also bei mir, bei mir ja, weil ich, weil ich halt mit, also ich glaube zu behaupten, dass ich mit Kompressoren umgehen kann. Das kann aber fatal sein, wenn du Kollegen erwischst, die mit Kompressoren nicht umgehen können. Und es, dieser Nahbesprechungseffekt kann natürlich durchaus ein Stilmittel sein. Ja. Aber bei, nochmal bei Poprock, ja, wenn ich dann, wenn ich dann einen Sänger habe, der, der, den ich dann drüber kriegen muss über eine laute Band, ja, und der geht mir dann so weit weg vom Mikro, habe ich einfach verloren, da habe ich einfach keine Chance. Deswegen, immer für mich am besten den maximalen Input zu generieren, den ich kriegen kann. Ich habe meine Tools, mit denen ich das dann so bearbeiten kann, damit es trotzdem immer noch gut klingt. Ja. Da gibt es einfach mittlerweile so viele, so viele Tools, die in diesen Mischpulten eingebaut sind, ja, mit denen man das wirklich gut machen kann. Und deswegen, je mehr Mikrotechnik in dem Sinn, bei den ganzen Bands oder bei der Musik, die ich meistens mische, nicht, bitte nicht so viel. Habe ich gemerkt. Ja, genau. Siehst du? Du darfst aber keine Weintraube nehmen. Ich habe uns extra Weintrauben hergestellt. Ja, schön. Als Friedensangebot. Normalerweise esse ich nur die Rotten. Ah ja, ich verstehe. Gut, heute sind wir einmal auf Grün unterwegs. Weil du gesagt hast, heute sind ja eh überall schon alle Effekte drinnen. Wie hat sich das tatsächlich ausgewirkt, die technische Erweiterung, gerade auf Live, denke ich mir, von analog auf digital? Massiv. Das hat sich massiv geändert. Also ich komme noch aus der analogen Welt. Also ich habe tatsächlich auf vielen analogen Mischpulten zu mischen gelernt mit Haufen an Outboard, das du ja brauchst, wenn du ein analoges Mischpult hast. Outboard bedeutet, du hast neben dir noch die 19-Zoll-Racks. Genau, die ganzen Racks, wo halt die ganzen Kasteln drinnen sind, die du brauchst, weil die ganzen Analog-Mischpulte teilweise oder die meisten keine Kompressoren drinnen hatten, keine Gates drinnen hatten, keinen Hall drinnen hatten, kein Delay, also kein Echo drinnen hatten. 3 Band IQ meistens oder fertig. Genau, also wenn es dann ein billiges Hattest, 3 Band IQ mit fixen Frequenzen fertig. Aber das hat sich massiv geändert. Soundtechnisch brauchen wir heute, in der heutigen Zeit, ich sage jetzt nochmal so, seit acht Jahren eventuell, brauchen wir soundtechnisch nicht mehr darüber diskutieren, ob analog besser ist oder digital besser ist. Weil da hat sich in der Digitaltechnik so viel getan, dass man, und da traue ich mich wirklich behaupten, dass es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die da wirklich einen Unterschied hören würden. Weil die Pulte, es gab eine Zeit, ganz am Anfang, wie die Digitalpulte rausgekommen sind, die haben teilweise wirklich schrottig geklungen. Also das war einfach nicht cool. Da waren wir wieder froh, wenn man irgendwie ein großes analoges Brett hatte, weil dann hat man wieder Sound machen können. Die haben alles sehr steril geklungen, alles sehr digital, wie man sich das vorstellen kann. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so. Also auch die Unterschiede der Brands, also der Hersteller, da ist nicht mehr viel um und auf. Der, der es versaut oder der, der es gut macht, ist der, der hinter dem Pult steht und nicht das Mischpult selber. Hast du für dich, also wir wären von niemandem bezahlt. Ja, ich schon. Du schon, dazu kommen wir später. Hast du für dich irgendwelche Favorites, wo du sagst, das ist dein Hersteller mit dem, auch wurscht was jetzt, ob das Mikros sind, ob das Pulte sind, ob das PA ist. Also Mischpulte ganz klar, für mich ist, für mich ist seit vielen, vielen Jahren ist Allen & Heath für mich an ganz oberster Stelle und am liebsten, am liebsten D-Life, weil ich es einfach gewohnt bin und weil ich es gut kann. Das ist, aus meinem Mund wirst du nie hören, dass andere Brands schlecht sind. Aus meinem Mund wirst du nur hören, ich habe diesen Brand am liebsten, weil ich mich darauf wohlfühle, weil ich ihn kenne und weil ich einfach gerne und oft damit arbeite. Andere Mischpulte können vielleicht mehr, sind vielleicht besser. Klanglich gesehen, glaube ich, heutzutage brauchen wir nicht mehr diskutieren, aber ich fühle mich einfach auf dem Brand am wohlsten. Und bei Mikrofonen ist es tatsächlich, ich habe da keinen Lieblingsbrand, weil, wie wir schon besprochen haben, es gibt keinen Mikrofonhersteller, der für alle Zwecke, für mich das beste Mikrofon baut. Bevor wir jetzt ein bisschen mit dir Name-Dropping machen und ich dazu befrage, machen wir da ein Dropping? Ich finde das so lebend. Und früher hast du irgendwie was veröffentlicht, dann hat es auf einmal geheißen Release und jetzt wird alles gedroppt. Gedroppt, ja, genau. Also selbst wenn du mit dem Hund Gassi gehst, dann droppt, keine Ahnung. Na gut. Also ich droppe. Schöner Vergleich. Ich würde mich freuen, wenn du kommentierst, wenn du likest, was kann man noch alles machen? Abonnierst natürlich. Unseren Kanal würde uns sehr viel helfen. Und was kann man noch machen? Donaten. Donaten. Kann man das? Bist du teppert? Okay, wir werden das recherchieren. Name-Dropping. Was hast du, für wen hast du schon so gearbeitet oder wer sind so deine Hauptkunden? Also der größte Künstler oder der bekannteste Künstler, mit dem ich je gearbeitet habe und da hatte ich die Ehre, wirklich sechs Jahre mit dem unterwegs zu sein. Allerdings nicht als Front-of-House-Ingenieur, sondern als... Ganz kurz Front-of-House bedeutet, also das ist der, der vor dem steht. Genau. Front-of-House heißt quasi, man steht in... Fuhren. Fuhren. Also das wurde vorne gedroppt. Genau. Macht den Sound für das Publikum. Ja, gut. Während es ja auch den... Monitor-Ingenieur. Dankeschön, Monitor-Ingenieur gibt, das Monitoring. Und der in Wirklichkeit viel mehr Haken macht, weil der muss sich nicht um einen Mix kümmern, so wie der Front-of-House-Ingenieur ist, also der muss sich um alle Musiker kümmern. Das heißt, der hat im Endeffekt bei einer normalen Standard-Band hat der mindestens sechs Mixes zu machen. Tatsächlich ist auf der Bühne ein ganz anderer Sound als das, was unten... Komplett. Er kommt, das wird komplett anders gemischt, weil jeder Musiker seinen individuellen Sound braucht. Genau so ist es. Also der Bassist muss sich am Bass hören, natürlich auch. Aber jeder hat dann seine eigenen Hörgewohnheiten. Genau. Es ist total unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt auch viel auf die Situation drauf an. Also es gibt Bühnensituationen, wenn du zum Beispiel auf einer kleinen Bühne bist, ist es meistens so, also gerade wenn... Man muss ja dann auch unterscheiden zwischen Monitor, also Bühnenmonitor und In-Ir. Meistens ist es so, auf kleineren Bühnen hörst du ja die akustischen Instrumente eh schon. Also das Schlagzeug steht hinter dir, der Bassist steht mit seinem Häfen neben dir und der Gitarrist ist auch nur einen Meter weit weg. Dann brauche ich wahrscheinlich in meinem Monitor oder im In-Ir wirklich nur die Stimme, damit ich meine Referenz habe, damit ich höre, ob ich richtig singe. Auf großen Bühnen wird der Sänger nicht darauf verzichten, der wird in seinem Ohr definitiv die komplette Band brauchen, weil live hört er es nicht mehr auf einer 20 Meter breiten Bühne. Also es kommt immer auf die Gegeben. Es gibt natürlich auch noch die individuellen Vorlieben, weil es gibt Leute, die schwören auf In-Ir. Ja, genau. Dann gibt es Leute wie mich, die hassen In-Ir. Also geht gar nicht. Weiß. Ja, ich weiß, dass du das weißt, weil wegen mir musst du immer extra am Weltkrieg stehen. Genau. Dann gibt es natürlich noch, was mir überhaupt am allerliebsten ist, ist sein Sidefills. Das ist natürlich ganz groß. Also da hast du wirklich, das ist das, was dem, was du unten hörst, am ehesten kommt eigentlich. Das macht mein Leben immer schwer. Ja, genau. Weil, also ich sage jetzt einmal, bei kleinen Bühnen, man muss wirklich extrem differenzieren zwischen kleinen Bühnen, zwischen kleinen Venues und großen Bühnen und Open Air. Weil, das ist auch das, was ich über die Jahre gelernt habe, dass das auch als FH-Techniker komplett was anderes ist. Weil, wenn du Open Air große Bühnen spielst, zum Beispiel als FH-Techniker, kommt dein Mix am ehesten einen Studiomix ran. Weil du einfach keine akustischen Signale von der Bühne runterhörst. Weil das verliert sich einfach bei der Größenordnung. In kleinen Hallen hast du immer das Problem, dass du das Schlagzeug trocken natürlich auch hörst. Und diesen Mix zu finden, zwischen den akustischen Signalen, die runterkommen und dem, was du über die PE wiedergibst, im schlechtesten Fall, wenn du eine kleine PE hast, ist das eine Gesangsanlage. Du schickst quasi nur die Vocals drüber und nur vielleicht das Keyboard, weil der halt keinen Verstärker hat. Der Rest hat Verstärker oder Schlagzeug höre ich Natura. Und da muss man einfach immer ein bisschen aufpassen. Und da ist dann auch quasi, ein Side-Fill funktioniert dann super. Auf großen Bühnen zum Beispiel muss das Side-Fill so laut sein, dass ich natürlich den Spill in den Mikrofonen wieder habe. Das heißt, ich höre das, was aus den Side-Fills rauskommt, höre ich zum Beispiel im Gesangsmikro. Das ist kontraproduktiv. Genau, ja. Und deswegen bin ich jetzt kein wahnsinniger Freund von fetten Side-Fills. Bei kleinen Bühnen verstehe ich das total. Wenn ich da nicht auf fünfköpfige Band habe und jeder hat einen fetten Monitor und den Daumen anders schön laut, das macht mir draußen das Leben noch schwerer. Wobei man ja sagen muss, dass diese neuen Monitore, also diese neue Generation, würde ich es nennen, das ist eh schon, also das schirbt an, das kannst du ja nicht vergleichen. Aber stell dir vor, du bist, ich hatte das vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich in einer Band gemischt in einem Kurhaus. Das ist ein Veranstaltungssaal, aber der wurde natürlich gebaut für, ich stehe auf der Bühne und spreche zu einem Publikum ohne Verstärkung. Das heißt, der hat auch noch eine Klangmuschel hinten gehabt. So, und dann habe ich eine Band mit zwölf Bläsern und einem fetten Schlagzeug und einer Hammond mit einem Leslie hinten stehen, der genau, genau in der Mitte von dieser Bühnen-Ding war. Das war der Wahnsinn. Ich habe, das war, ich musste die PA so laut spielen, damit ich quasi den Direktschall von den Instrumenten von der Bühne halbwegs in den Kniff gekriegt habe. Aber das ist, das sind dann diese Dinge, mit denen wir Live-Technikern dann einfach kämpfen. Wir kämpfen zu 90 Prozent gegen einen Raum. Gehen wir wieder zurück zum Name-Dropping. Ja, okay. Gut, du hast angefangen schon, um es wieder rein zu finden. Genau, genau. Der größte Star, mit dem du gearbeitet hast, sechs Jahre lang war. Genau. Und dann habe ich den Monster. Und da eben nicht als FOH-Ingenieur, sondern als Monitor-Ingenieur und Production Manager war Jose Carreras, also einer der großen drei Star-Tenöre. Der war ganz lange bei einem Wiener Management, also schon zu den drei Tenören-Zeiten, wo die Stadien gefüllt haben, waren die schon bei einem Wiener Management und die haben einen neuen Production Manager gesucht und da wurde ich vorgeschlagen und habe den Job dann bekommen und für unseren FOH-Techniker war das natürlich ein Segen, weil bis jetzt hat er Monitoring selber mitgemacht, weil der ehemalige Production Manager kein Tontechniker war. Jetzt bin aber ich dazugekommen, ich war Tontechniker und ich habe ihm angeboten, hey du, ich kann den Monitor-Sound jetzt von der Bühne machen, was natürlich viel einfacher ist. Und so haben wir das gemacht und ich hatte die Ehre wirklich sechs Jahre lang mit ihm um die Welt zu tingeln und Konzerte zu spielen. Also eben nicht nur als Monitor-Tontechniker, sondern auch als Production Manager. Das heißt, es ist wirklich jede Vorplanungsgeschichte ist einfach über meinen Schreibtisch gewandert. Was seine Bedürfnisse betrifft, die Abwicklung vom technischen Rider, das ist die Bühnenanweisung, die technische, die man vorab natürlich an die Locations schickt, die dann erfüllt werden müssen, gerade in dem Standard. Ich dachte mir, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich mit einem internationalen Superstar unterwegs und jetzt werde ich diese ganzen Probleme der kleinen Bands in Österreich nicht mehr haben. Habe ich geglaubt. Also du hast die gleichen Probleme, nur viel größer. Es ist einfach so. Mit mehr Verantwortung. Mit viel mehr Verantwortung, weil du spielst halt einfach keine 200-Personen-Clubs, sondern du spielst einfach 20.000-Au-Venues und weltweit. Und ja, sonst bin ich halt mit ganz vielen österreichischen Künstlern unterwegs. Also ich mache halt alles, was der Eric Papillaier musikalisch macht, betreue ich seit vielen Jahren. Ja, ich betreue die Niedel mit ihrem Tina Turner-Programm, ich betreue den Nathan Trent, ich betreue den Vincent Puehno, wenn er mit der großen Band live spielt. War auch schon bei uns. Ja, genau. Ja, und sonst, ich betreue die Venice Ladies, ich betreue John Lennon Tribute Austria. Also alle, das sind alles aber Projekte, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, weil um ehrlich zu sein, ich mache das seit ein paar Jahren nicht mehr hauptberuflich. Also ich muss das nicht mehr hauptberuflich machen. Sondern ich suche mir jetzt einfach wirklich die Projekte aus, die mir Spaß machen. Und die größten Geschichten, die ich in Österreich mache, sind für MG Sound, wenn die Sachen produzieren oder wenn die Sachen konsulten und Projekte auf die Bühne bringen, wie zum Beispiel eben für 200 Jahre Erste Bank in der Stadthalle oder 100 Jahre ÖBB. Da werden dann immer spezielle Sachen zusammengestellt, musikalisch gesehen. Und das betreue dann immer alles ich live. Bei vielen dieser Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, bin ich ja dann immer als Musiker auch dabei. und das ist schon noch etwas, was ich da bei dir sehr mitkriege, ist, du machst dann nicht einen Job. Nein. Sondern das Gefühl, was man bei dir hat, nehme ich jetzt einmal von der anderen Seite, du brauchst dich um nichts kümmern. Das ist aber, sage ich dir, wie es ist, das ist Erfahrung. Das ist, das habe, ich war nicht immer gut. Oder ich meine, ich traue mich behaupten, dass ich, glaube ich, keinen schlechten Sound mache. Ich bin da sicher nicht der Beste, aber ich bin da sicher nicht der Schlechteste. Ich war das aber sicher. Mal. Also da geht man wirklich durch eine sehr harte Schule. Ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell größere Projekte mischen durfte, die wahrscheinlich gar nicht gut waren, aber wo ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe. und auch von älteren Kollegen. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, sehr viel ausprobieren zu dürfen und zu können. Und nur dann lernst du das. Du lernst, glaube ich, am meisten durch die ärgsten Fehler, die du machst. Natürlich. Und vor allem in den Situationen, wo du sterben möchtest. Und je öfter dir das passiert, desto irgendwann, erstens einmal wirst du cooler. Weil die Situationen verändern sich gar nicht so maßgeblich. Du steckst es leichter weg. Ja, aber du kannst dann anders reagieren. Weil du eh weißt, du kannst es nicht ändern. Du kannst es in dem Moment nicht ändern. Du checkst auch irgendwann, dass du nicht am offenen Herzen operierst, im Endeffekt. Sondern es ist eh wurscht. Ich übertreibe es jetzt. Ja, ich weiß schon. Aber was passiert jetzt? Es geht eh um nichts. Ja, eh. Was passiert jetzt, wenn ich mich verspühe? Und das ist halt leibend? Und wenn es bei dir pfeift, ja, dann pfeift es halt. Ja, genau. Ich kann ja gestorben. Erstens das und zweitens wieder der Faktor live, es ist vorbei. Das wird keiner mehr wissen. Außer es passiert jetzt wirklich was Massives. Ja, klar. Aber wenn es jetzt ein-, zweimal pfeift, da geht kein Konzertbesucher nach zwei Stunden heim und sagt, nein, da hat es aber zweimal pfiffen. Wurscht. Ich mache das. Ich gehe so heim, wenn es bei irgendeinem Kollegen zweimal pfiffen. Aber das ist ein anderes Thema. Er wird dann einfach die Kleine auspfiffen. Ja, genau. Aber sonst ist ganz viel, ganz viel Lernen durch Fehler. Und es besser beigebracht zu bekommen von Kollegen, die einfach sagen, hey, mach mal vielleicht so. Ist das vielleicht der richtige Weg? Ich hatte am Anfang, zumindest hatte ich den Eindruck, am Anfang definitiv keinen guten Ruhrwahlseff vorhammern. Weil, mag durchaus gestimmt haben. Weil ich einfach sicher sehr blauäig an vieles rangegangen bin. Und das dann trotzdem einfach versucht habe. Und dann man einfach oft, also ich hinterrücks dann irgendwie meistens gehört habe, der hat den Redeln pass gar nicht auf und der macht einen scheiß Mix. Und das hat mich dann so motiviert. Ja, das tut einmal in erster Instanz einmal mörderisch weh, natürlich. Natürlich, klar. Aber in zweiter Instanz war das super, weil für mich war das dann okay, jetzt klem dich dahinter und schau, wie es besser funktionieren kann. Und ich meine, in Zeiten von Internet und in Zeiten von YouTube ist das natürlich alles viel, viel leichter, weil du kriegst so viele Tutorials, du kriegst so viele Ausbildungsmöglichkeiten, die gratis sind, wo du einfach so viel lernen kannst und ich das nach wie vor mache. Wenn ich Zeit habe und bevor ich die Klotze aufdrehe, YouTube ich und schaue mir Videos an, wie funktioniert die Tour, wie machen die das dort. Das, was der Ray Charles gesagt hat, hör nie auf, dich weiterzuentwickeln und zu üben. Macht gar keinen Sinn. Es gibt ganz viele Kollegen, die aus dem analogen Zeitalter gekommen sind, die ihren Job an den Nagel gehängt haben, weil die digitale Welt gekommen ist und sie sich damit nicht beschäftigen wollten. Weil der hat das seit 30 Jahren so gemischt. Warum soll er jetzt auf ein digitales Brett umsteigen? Danke, das war es mit dem Job. Und in der heutigen Zeit die Entwicklung geht so schnell, die Sachen kommen einfach so schnell neu auf den Markt, dass du neue Tools hast und es gibt mittlerweile so viele Tools, meines Erachtens schon zu viele. Weil es gibt einfach dann Tontechniker, vor allem junge Tontechniker, der dann in einem Input-Signal, sei es jetzt Main Vocals, keine Ahnung, einfach 10 Plugins reinschmeißt. Weil er glaubt, der braucht es, anstatt dass er back to the roots geht und sagt, weniger ist mehr. Weniger ist mehr und warum klingt das so? Warum bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden? Vielleicht ist es das falsche Mikrofon. Vielleicht ist es falsch positioniert. Schau mal dort. Also ich habe die beste Aussage, die ich bekommen habe vom Tontechniker, vom Jan Dele. Den habe ich gesehen, war für mich einer der geilsten Live-Sounds und ich bin nachher hingegangen und habe gesagt, du, ich bin ein junger Kollege. Ich fand das großartig, der hat sich super gefreut, hat sich super bedankt. Immer ein kleiner Typ im Anzug, hat seinen Mischspul zugedeckelt im Anzug, war super, hat einen kleinen Druck gemacht und der hat gesagt, weißt du, ich habe nicht wahnsinnig viel zu tun. Da kommen die besten, das sind die besten Mucker in Deutschland, da kommen so geile Signale, ich mache nur mehr Lockhart, Feder rauf und bin fertig. Der hat da keine 100.000 Waves-Plugins und ja, das ist auch mein Motto, ich arbeite auch nicht mit externen Plugins. Was machst du, wenn du wohin kommst? Du bist engagiert als Tontechniker und du findest dort vor einen fürchterlichen Raum mit einer absolut nicht adäquaten Anlage und es ist dir eigentlich unmöglich, dort einen gescheiten Sound zu machen, weil die Sachen nicht stimmen. Du bist ja dann nur der Buhmann. Das passiert bei mir nicht. Ich sage dir, wie es ist. Das ist alles eine Sache der Vorbereitung. Das ist mir schon so lange nicht mehr passiert, weil wenn mich jemand anruft und sagt, kannst du bitte uns dort mischen, dann habe ich meistens zumindest ein paar Tage Vorlaufzeit. Das bedeutet für mich, ich fahre zu 99% mittlerweile mit meinem eigenen Mischpult, weil ich mich nicht mehr darauf verlasse, was eben dort ist. Auf dem kenne ich mich aus, auf dem bin ich schnell, auf dem fühle ich mich wohl. Das heißt, das ist einmal das erste Ding, das ist so groß. Also ich brauche jetzt da auch kein LKW, sondern das Ding ist so groß. Ich erwarte mir von demjenigen, der mich bucht, dass man die Kontaktdaten gibt von dem örtlichen Techniker oder von dem Ausstatter, der diese Veranstaltung ausstattet und erwarte mir von dem, dass der mir sagt, was mich dort erwartet. Vielleicht kriege ich auch Fotos von dem Raum und dann sagt mir der örtliche Verleiher, du, das kann ich dir hinstellen. Und mit der Erfahrung über die Jahre gesehen, kann ich abschätzen, wird das reichen, wird das nicht reichen. Und ich sage da ehrlich, wie es ist, wenn es nicht reicht und es heißt dann, wir haben kein Budget und dann erstens entweder sage ich, oh, und sage, du, tut mir leid, das wird nicht funktionieren, deswegen sucht euch bitte wen anderen, was eh selten vorkommt. Oder ich sage dann, weißt du was, ich rufe einen Freund von mir an, wir stellen da eine vernünftige PA in und schauen wir mal, wo wir irgendwie ein Budget auftreiben und wir machen das gescheit. Wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Also deswegen sage ich, das ist bei mir schon Gott sei Dank wirklich schon lang nicht mehr passiert. Du hast zuerst erwähnt, dass du es nicht mehr hauptberuflich machst. Was machst du jetzt? Ich habe ja jahrelang meine eigene Firma gehabt, also quasi mit Technikverleih und eben auch Produktionen selber gemacht, mit einigen Bands unterwegs, mit meinem Equipment, also Tonanlagen, Lichtanlagen etc. Das habe ich dann zu einem sehr guten Zeitpunkt vor Corona verkauft an den Mitbewerb und habe mich mitverkauft. Also ich habe mich quasi an den Mitbewerb mitverkauft mit meinen Kunden, mit mir selber. Also ich war dann quasi angestellt beim Mitbewerb bei einem der größten Verleiher in Österreich. Ich war dort Head of Audio, das heißt für die komplette Tonabteilung verantwortlich und als Projektleiter, das heißt ich habe wirklich große Projekte gemacht, wie zum Beispiel den UEFA Kongress in Wien, also in der Größenordnung, aber auch eben versucht mehr Rock'n'Roll in diese Firma zu bekommen mit Tourneeproduktionen etc. Und habe aber dann nach ein paar Jahren das Angebot bekommen, nicht mehr aktiv in der Eventbranche zu sein, sondern bei einem Distributor, das heißt sprich bei einem im Handel für Veranstaltungstechnik. Das heißt, ich verkaufe mittlerweile das Zeug. Die Firma heißt Atec Pro, ist in der Hau zu Hause und mein Chef ist der Manfred Pohaska, werden vielleicht einige aus der Musikerrie gekennend, als selber Gitarrist. Für mich war das eine Win-Win-Situation, für den Manfred auch, weil ich halt jetzt diese Kombi aus Verkäufer, Salesman und Produktspezialist bin. Das heißt, ich kann aber trotzdem mit meinen ganzen Bands unterwegs sein, ich bin immer mit unserem Zeug unterwegs, das heißt sprich im Optimalfall mit eben Elnithith-Mischpulten, mit Austrian Audio und Sennheiser Mikros, weil das sind Marken, die wir auch haben und am besten mit Meyersound-PAs, auch wenn es nur kleine zwei Lautsprecher und ein Bass sind. Das heißt, überall wo ich bin, ist es eine Produktdemo. Das heißt, die Haustechniker kommen zu mir, sagen dann, hey cool, was ist das für ein neues Mischpult, kannst du mir ein Angebot schicken. Verkauft sie von selber irgendwo. Exakt. Und darum ist es vor allem natürlich auch, dass es dann auch jemand gibt und ich habe vor ganz, 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 ganz langer Zeit im Musik-Einzelhandel kurzzeitig auch gearbeitet und was man halt da schon mitkriegt, ist, also damals war das zumindest so, ich weiß nicht, ob das heute ist, wie das heute ist, aber dass halt da jetzt in dem Bereich jetzt auch nicht unbedingt die Super-Koryphäen immer sitzen, die jetzt super kompetent sind, wie auch ich im Einzelhandel komplett inkompetent, da muss ich an der Stelle auch fairerweise dazu sagen, aber das ist natürlich schon cool, wenn du jetzt weißt, da sitzt dann, okay, der weiß halt schon, wenn er da jetzt über Alien Heath was erzählt, der hat das 2000 Mal schon live einfach auch verwendet und kennt jeder. Und das ist zum Beispiel der ganz große Unterschied, was mich und meinen Chef in Manfred zu 100 Prozent unterscheidet. Der Manfred ist selber ein bisschen ein Techniker, der macht auch Kabarett und so weiter, aber wenn jetzt eine Band kommt oder ein Haus kommt und mich kennen in Österreich mittlerweile relativ viele Leute, also meinen Namen zumindest, ist und wenn ich dann in ein Haus komme und denen sage, hey du, das Mischbult ist die perfekte Wahl für euch, weil zack, 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 das kann der Manfred auch alles sagen, nur wir glauben es als mehr. Ja, klar, natürlich. Weil ich einfach täglich damit arbeite und weil ich das jetzt quasi nicht verkaufen muss. Ja, klar. Natürlich muss ich, aber ich spreche aus Überzeugung von dem Produkt, das ist genauso wie bei Meyersound. Ich spreche und ich würde mir, das ist auch, ich könnte auch nur bei der Artec arbeiten, weil die Artec diese Marken hat. Ich bin von diesen Marken zu 100% überzeugt und ich arbeite auch am liebsten mit diesen Marken, weil das für mich einfach die besten Marken sind. Und das ist jetzt nicht nur subjektiv betrachtet, das ist ja auch, also das steht ja schwarz auf weiß, also bei Ellen Heath kann man jetzt vielleicht darüber streiten, aber Meyersound ist sicher einer der Top-Brands. Genau, und deswegen muss ich das mit den Bands nicht mehr so wahnsinnig hauptberuflich machen, was mich dazu führt, dass ich viele neue Bands oder junge Bands sehr gerne unterstütze. Ich habe jetzt wieder eine neue Band, die ich tontechnisch unterstütze, weil mir das total wichtig ist. Weil ich finde, eine junge Band, die gerade aus dem Proberaum rauskommt und die ersten Gigs spielt, die hat keine Chance, sich einen vernünftigen Tontechniker leisten zu können, der das hauptberuflich mit derartig von leben muss. Das ist no offense, also ich bin, auch die Kollegen, ich will jetzt nicht den Markt zusammenholen, aber ich verstehe, dass jeder Kollege, der seine 300, 400 Euro Gage oder 500 Euro Gage am Abend verlangen muss, weil er seine Mitter bezahlen muss, dass wird sich eine junge Band, die gerade aus dem Proberaum rauskommt, nicht leisten können. Und da bin ich halt jetzt, jetzt immer wieder, biete ich das an, wenn mir das Projekt gefällt, klarerweise, weil ich sonst würde ich es nicht machen. Und das ist mir, das ist mir extrem wichtig, weil die können, die profitieren dadurch. Ich habe einen Spaß, habe Abwechslung von meinem Sales Job und habe wieder mal Live-Demos. Ich hatte ja vor der Sendung ein bisschen die Angst, dass das alles zu kurz wird, weil, nicht wegen dir, weil wir unterhalten uns lange, immer und ausgelassen, aber eher wegen einem Thema, weil ich ja komplett nicht technikaffin bin. Also ich bin, ich freue mich, wenn die Technik funktioniert, aber ich bin kein, das ist das Wichtigste. Genau. Dafür hat es aber ziemlich lang gedauert, muss ich sagen. Stimmt. Das war meine Einleitung dazu, dass wir sagen, wir kommen schon zum Ende. Letzte Frage, die ich eigentlich jedem stelle, der hier ist. Hast du Tipps für, die Sendung soll sich auch ein bisschen richten an den Nachwuchs, an Leute, die sich überlegen, ja, soll ich Tontechniker werden? Gibt es Tipps, die du, wo du sagst, das ist wichtig? So wie früher, wie man es auch von früher weiß, oder wie die Leute in die Branche gekommen sind, weil früher war das tatsächlich so, du hast bei irgendeiner Venue am Bühneneingang geschaut, wann der erste Truck anrödelt und hast einfach geholfen und hast mit angepackt, ohne Bezahlung, um einfach einmal nur dabei zu sein. Das geht heute alles natürlich nicht mehr so einfach, aber mein Tipp, wenn man wirklich in die Live-Branche will, ist mein Tipp, wenn man jetzt noch keine Ausbildung in diese Richtung hat, es gibt 100 Verleiher in Wien und Umgebung, wenn nicht sogar mehr. Alle anrufen, Lebenslauf hinschicken und anfangen, dass sie dich buchen als Stagehand, dass du mal da reinschnuppern kannst, dass man mal kennenlernt, wie funktionieren Abläufe bei einer Veranstaltung, sei es jetzt ein Live-Konzert, sei es jetzt ein Business-Event, wie funktionieren diese Abläufe? und dann arbeitet man sich hoch vom Stagehand zum Assistenten, vom Assistenten dann schon vielleicht zum Pult, die erste kleine Geschichte mit, da hast du drei Headsets, schau, dass du die unter Kontrolle kriegst und dann wird irgendwann nochmal die erste Band kommen und dann wird irgendwann nochmal die große Bühne kommen und dann wird irgendwann nochmal die Tournee kommen. Es ist tatsächlich wirklich Learning by Doing. Du wirst, wenn du eine SAE abschließt und dich jetzt bei einem Verleiher bewirbst, der wird dich nie hinter das Pult setzen. Ja, klar. Nie. Weil der weiß nicht, wie du arbeitest, der weiß nicht, kannst du das überhaupt? Wir haben da schon ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht mit Leuten, die Diplom-Ingenieur, Tonmeister XY und dann war das eine Vollkatastrophe. Also deswegen sage ich, es wird am Anfang, es ist schwierig, weil die Branche einfach sehr groß ist und Stagehands jetzt nicht wahnsinnig gut bezahlt bekommen, aber um reinzuschnuppern, ist das eigentlich die beste Möglichkeit und Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Es gibt im Internet so viele gute Ausbildungen, die mittlerweile gratis sind, Workshops machen. Ja, das ist das, was ich raten kann und nie damit aufhören. Ja, super. Schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Geh wieder mal zum Friseur. Ja, vielleicht machen. Lass dir den Bart zupfen. Das nächste Mal komme ich auch im Anzug. Das ist hervorragend, genau. Schön, dass auch du draufgeklickt hast. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Was mir noch eingefallen ist, man kann auch die Glocke drücken. Die habe ich jetzt vergessen. Das nächste Mal bei Brossartig. Danke. Schönen Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie kann ich mir die Glocke drücken? Vielen Dank.